Du warst das, der, der meine Hügelung kaputt gemacht hat. Ne, ne, du bist da selber gewesen. Du hast mich platt gefahren, du bist schon... Das ist jetzt so Wildernis, wo soll ich denn jetzt so lang? Du kannst über Wildernis fahren, da kommst du ja hinten den... Wenn du jetzt gerade durchfährst... Kommst du an der vereinzelten Hütte vorbei und kommst da zu diesem Hügel, wo es dann die Straße gibt. Aber fahr nicht wieder vorher den Berg runter, bevor ich jetzt sage, wobei ich es von hinten so nicht sehe. Weil sonst fährst du wieder unten in die Leitplanke rein. Du sollst rechts fahren jetzt. Du sollst rechts? Meinst du? Du musst jetzt rechts... Ich habe gerade gesagt, du sollst geradeaus fahren. Und wiegst jetzt links ab, Alter, was stimmt denn mit dir nicht? Alter, jetzt biegst du vorne an der Straße links ab. Und dann fährst du geradeaus. Jetzt links abbiegen und geradeaus fahren. Links, koch nix. Links, rechts, oben, unten. Hä? Alter, mach mich nicht fällig. Ja, doch. Da ist eine Base im Wasser. Ja, lass es doch. Die kriegen nasse Füße. Der macht mich fällig, der Typ, ey. Oh Gott, stell dir mal vor, wir wären Nachbarn. Oh Gott, ich würde dich erschießen jeden Tag aufs Neue, ey. Oh, meine Tür wäre aus Panzerstrahlen. Aus Panzerstrahlen. Dann würdest du dir dann so vorstellen wie bei Dings, wie bei Big Van. Klop, 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 penny. Klop, klop, penny. Halte dich mal ein bisschen mehr rechts, bitte. Ja, ich versuche gerade nicht in die Bäume zu fahren. Wer kennt denn nicht den guten alten Panzerstrahlen? Ein bisschen mehr rechts halten, bitte. Noch, äh, wie weit denn noch? Ja, noch ein bisschen. Du bist gerade in den Bäumen von den Bäumen wieder wegkommst. Also sag doch gleich ins Wasser. Nein, du fährst jetzt an der Baumgrenze einfach entlang am Hügel. Ich kann halt leider nicht so viel sehen von hinten, weil ich mich nicht komplett umdrehen kann. Jetzt musst du noch ein bisschen, ein bisschen mehr links. Nach links, ne? Also auf die Straße und dann... Ich bin der Nachricht sowieso und geht aber vom Rücksitz nicht. Ich sitze ja vorne drin. Richtig, hast du gut erkannt. Aber ich muss sagen, ich glaube, die haben das ein bisschen vergrößert. Seht ihr das nicht auch? Was denn? Keine Ahnung. Ja, ja, wir sehen es. Das sieht irgendwie ein bisschen anders aus hier. Wir sind aber viele Zombies im Horror. Und noch auf den Zombies auf der rechten Seite. Ja, sehen wir. Das ist Wahnsinn. So viel Felswand habe ich noch nie gesehen. Ja, natürlich. Unten zum Looten. Ey, seit wann stehen hier in Straßenlaternen die leuchten? Das ist ja geil. Schon immer, schon immer. Ja, aber die haben aber auch nicht immer geleuchtet. Die haben ja nie geleuchtet. Ja, das haben sie aber auch vorher schon drin gefixt, sozusagen. Bei jedem Patch abging, haben sie gesagt, der Damm wird beleuchtet. Ja, die haben ja auch davon gesprochen, dass der Damm Strom produzieren soll. Und die Solarpanels, sind die eigentlich schon drin, das Solarpanels? Nein, sind doch nicht. Dann würde ich sie als erstes abbauen. Aber ich denke mal, die haben es gefixt, dass die Zombies in der Luft stehen. Ja, oder vom Himmel fallen, ne? Die laufen nicht immer. Also manchmal siehst du die von oben nach unten laufen. Du, der ist im Auto drin, wo? Wollte ich dir besorgen. Ah, ne. Wir sehen es halt da nichts. Einmal Fleisch, bitte. Guck mal auf hier. Danke. Jetzt muss er wieder hinten sitzen. Nach vorne gucken, wie angenehm. Boah, Alter, da sind viele Zombies, du. Ihr müsst aufpassen, ne? Irgendwann hin. Ich sehe es leider nicht. Du musst halt bloß vom Auto weg. Das Auto einkloppen haben wir mal ein Problem. Das sind wirklich einige. Hier sehe ich es. Erleuchtet noch mehr Lampen. Geil. Der hat aber beim Looten so einen leichten Nachladefehler. Habt ihr das auch, dass ihr noch teilweise seht, was in dem anderen... Ja, abzu. Ja, okay. Auch beim, äh, wie gesagt, auch beim Erfinden der Rezepte. Manchmal diesen Back. Dürfte aber nicht mehr lange dunkel sein. So, es fehlt auf jeden Fall nur noch ein Wuchstag. Das wäre geil. Oh lala, ich will keine Pizza. Oh lala, oh lala, oh lala, oh lala, oh lala, oh lala. Aber hier liegt noch eine Schrotze. Ich weiß nicht, ob sie da eher die Hegel kriegt. Aber hier liegt noch eine Schrotze. Ja, hier liegt noch eine Schrotze. Aber ich, wie gesagt... Ich wüsste nicht, von was ich mich trennen soll. Und dann müssen wir uns, äh, ja, da hättest du die Kunstigsticks bei mir einlagern können erstmal. Das hat mir trotzdem nicht genug Platz für die ethische Pampe gegeben. Boah, ist das laut, ey. Keine kleine, keine kleine Pistole oder so, die dir ins Inventar tun kannst? Derweil? Bäh. Bitte was? Pistole oder so, die du ins Inventar tun kannst? Er hat sie. Huch. Ich vergesse mal, dass ich hier nicht mit, mit, mit Linkstaste erst ewig drücken muss, um zu laden. Pizzahut, Pizzahut. Falls es euch noch nicht aufgefallen ist, manchmal zeigt ihr euch Inventar an, was gar nicht da ist. Doch, auf der linken Seite. Doch, das ist aber der Ingenie irgendwo. Naja, sag ich doch, dieses, dieses Nachladen. Ja. Hab ich doch gerade gesagt. Hier sind Leute. Was, hier sind Leute? Hm. Oder meinst du Leute? Einer im Auto. Einer im Auto, auf jeden Fall. Ich sage, hier sind Leute, weil hier hat gerade jemand gesprochen. Muss nix heißen, denn. Pizzahut, Pizzahut. Ja, bei dem, ähm, normalen Kanal hörst du die aber nur auf eine bestimmte Entfernung. Das ist relativ nah. Sag ich doch, hier sind Leute. Hier rennt gerade einer bei mir. Mia. Mama Mia. Ach, die Mia, die hab ich heute auch schon verprügelt. Microphone, er hat die Baby. Hallo, Mia. Möchtest du mehr tun? Kannst du mich mal glauben, wenn ich dir das sage. Ja, ja, hätte ja auch sein können, dass wir da oben irgendwo rumstürmen. Oh, das ist gut aus. Nee, hätte nicht, wenn ich sage, die sind hier, dann meine ich, die sind hier. Ja, ja, ist das so laut, Mann. Nee, nicht Mann, Frau. Au, Mann. Unmöglich, dieser Typ, weißt du? und da fliegen einen Ferrari ... Das heißt, der Saufur ist einen Schweizer, leckend ... Der Saufasse hat sich... Der Saufasse hat sich ... Der Saufasse ist eine Schwierzer, die uns nicht anstellen ... Der Saufasse hat sich so, die fühlen einen anticapяв an. Er spricht, ich weiß nicht ... Der Saufasse hat sich auch ... Der Saufasse hat sich an. Die sind oben. Ja. Da kommt gerade ein Etwas auf mich zugelaufen. Du kommst denn nicht rein? Feuerzeug. Geh weg, Mia. Ein Mikrofon Neilmore. Also die Locker ist denn du? Ne, weil dieses Schweizerdeutsch, die unterhalten sich gerade von, äh, ja, ich hab hier gerade eben's Klepp Krauss gefunden und das war, ey, ich habe mir daraus direkt Bandage machen müssen, weil ich geblutet habe. Also die Lockers oben sind leer. Das Lustige ist, der eine spricht Schweizerdeutsch und der andere so halb holländisch. Ich hab eigentlich von mir gedacht immer auch rot gesorgt nach, äh, Bougies und, äh, Batterien und Akkus. Ja, da, immer gek. Ich weiß nicht, ob die Trenuen noch insette. Die sollen noch insette, aber, äh, auf die momentanen weg. Ja, alle Autos, die geklaut sind, aber es hat, äh, kein Akku auf Bougie hin. Ja, ne, ich weiß nicht, ob die Autoteile gehabt hätten. Wo sind die denn? Ich will die jetzt mal erschrecken. Lauter Pipes. Das ist eigentlich, äh, online von, ähm, halb acht, denk ich. Nun, Magnum, noch mehr Pipes. Okay. Ja, ich komm rund, äh, 12 Uhr, wenn ich, äh, Könige spielen. Ja. Ich denk, dass das Beste ist, dass ihr alte Zug noch... Ich weiß nicht, spreche ich Schweizerdeutsch oder Holländisch? Holländisch, äh, dann spreche ich aber so'n komisches Holländisch, dass ich das richtig gut verstehe. Oh, jetzt geh ich wieder am lauten Dampf vorbei. Seit wann ist denn das Wasser so laut? Oh, schon seit einer Weile. Echt? Das hab ich noch nie mitgekriegt. Ist schon einer irgendwie gut fündig geworden von euch? Nö, bloß Essen, bisschen... Die ein oder andere Pipe. Wolle Rose kaufen? Wolle Rose kaufen? Mikrofon muted. Aber ansonsten nix erwähnenswertes. Ich geb dir gleich Rose. Kriegst du die Popo? Wolle Rose kaufen? Wolle Rose kaufen? Wolle Rose kaufen? GIPLE ROSE! Ich geb dir gleich ne Rose. Auf jetzt! Wolle Rose kaufen? Mikrofon activated. Wolle Rose kaufen? Rose, 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 Rote Rose. Wie gut, dass dieses Gebiet später Eventgebiet werden soll. Weißt du, was mir gerade erst auffällt? Dass du beim Ingame-Reden den Mund bewegst. Guck mich doch mal mitzahlen und sag doch mal was. Hat du was dagegen oder was? Das macht er die ganze Zeit schon, du! Blitzmerker! Die sind oben auf dem Damm. Ganz oben. Wir sind kleiner Irrer. Ich geh kaputt, Mann. Jetzt hör mal rum. Jo, die stehen hier oben. Mach dich auf dem dritten Platz! Hopp, hopp! Nein, ich tausche, komm! Guck mich an! So! Na, ich hab ja mit dir geredet, du! Warte, guck mich an! Frech! Jetzt rede ich bitte! Ramana, 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 heil! Da gibt's nix zu lachen! Ja, ich bin Salino, ne? Ja, ich bin Salino, ne? Nee, du bist Harzer! Oh, geil! Geil! So, wo bist du, Olaf? Oben? Oben auf dem Damm. Die waren ja oben auf dem Damm. Alles klar, koch nix. Dann gib Gummi. Oh, scheiße! Ich hab kein Gummi! Ich hab Stoff! Hm, den nehm ich. Aber du solltest schon wissen, ne? Gummi ist zur Sicherheit. Du bist auf Entzug! Du hast, ich bin auf Entzug? Wer sagt das? Ja, du selber. Soll ich jetzt nach links fahren, ne? Auf der Brücke auf dem Damm oder bei den Lagerhäusern, Olaf? Bei den Lagerhäusern standen sie. Und da vorne sind aber jetzt Zombies, wie's alles sieht. Oh, ne, da sind sie wahrscheinlich. Das sind sie. Die stehen vorne am San Susi. Und wie verstehst du sie? Ist das eher holländisch oder schweizerdeutsch? Ich komm dann jetzt mit Wolle Rose kaufe. Ne, sag mal Hörken in der Kirken. Da kommt gerade eher noch so Brücke über die Rand. Willst du den Wolf nicht mitnehmen? Oh, Moniatko. Achso, Moment. Achso, dann lass mich mal sonst Autokoch nix bitte. So. Bin drin. Moment, ich lade gerade aus. Sie hat mich gerade wieder im Ladebündchen reingeschmissen. Du sprichst gerade im, ähm... Kannst du wieder an. Danke. Na, Abend, Elgondchen. Wolle Rose kaufe. Wolle Rose kaufe. Wolle Rose kaufe. Mikrofon muted. Glaub den Nix, der will Hörken an der Kirken. Ach, ist das schön. Ha, ist das schön. Mikrofon activated. Boah, das ist aber laut, du. Sag ich doch. Das war vorher nicht... Siehste also, was dann nicht so laut? Was? Hier ist Ding. Hier unten stehen sie alle Vierer. Hallo, Kai. Wolle Rose kaufe. Komm, Olaf, steig ein. Auto ist hoffentlich gelockt. Koch nix. Oh, oh. Ja, jetzt ist es gelockt. Na, dann gehen wir mal los, ne? Habt ihr schon Fahrzeuge? Fahr los. Sieht so aus, ne? Ja, ich hab schon welche, ja. Aber die... Das hat keinen Zweck, weil die sponnen aus der Base raus, ne? Dann sind die wieder weg. Ich hab gelockt. Okay, Fahrstückel, ich laufe. Ist dir das schon heute passiert? Ja, ja, schon. Ich hatte so viel... Ah, ich hatte drei Quads und einen Jeep. Komm, ring, komm, ring, komm, ring. Und jetzt hab ich nur noch drei Quads. Der Jeep ist weg. Nee, mach zu, mach zu. Dann komm ich wieder rein. Mach zu. Lauf, lauf, lauf. Rück, eh. Ja, komm. Jetzt, jetzt ist er beschäftigt, komm. Okay, ganz fahren. Ha, 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 ha. Hast du da fahren, du kleiner Nöp? Oh, sie kommen für ein Zombie. Der Glen, der wollte mit rein. Ja. Ey, ich brauch keinen Spielgefährten. Ich hab mal eben dreigesmissen, den Spielgefährten. Ja, guck nix, du redest ingame. Die ganze Zeit. Oh, ein schöner Mond. Ist das so schlimm? Darf ich nicht beides? Nein. Er ist nervt. Däume Digitalos. Einen Däumen Digitalos. Ich wollte gerade mit der linken Maustaste im Auto schießen. Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Jetzt geben wir mal Gas. Nö, nö, nö. Nö, 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 nö. immer dem mond entgegen dieses gibt diese große runde scheibe das ist keine scheibe aus welchem jahrhundert kommst du denn 1445 ich muss schon wieder aussteigen wo ist denn das ein very tired ja dann halte ich gleich weiter vorne an an den dingern herritte sehr lasst das du in ruhe doch ich hau dich reicht schon dass der auspuff und loch hat aber du sie ja kaputt gefahren hast das auto ach quatsch hörst du dass der auspuff kaputt ist weil es leicht knattert hast du schon mal nach hinten auf die ladefläche gucken geguckt was deine mitfahrer für scheiße bauen der knattert auch so knattert nix so bitteschön einmal schlafen gehen eine kraft mehr im finger wenn du wüsstest ich habe eine g 15 tastatur ich habe dafür ein mag oder brauche ich nur ein einziges mal drauf drücken ich habe eine g 15 tastatur weißt du was doch viel krasser ist ich hätte eigentlich noch eine zweite tastatur bloß ich bin immer noch zu voll die anzuschließen ja da vorne an der linken an der linken seite hinter uns lag einer den habe ich ja nicht umgefahren weil der garantiert sehr gefährlich wird der